Ihr wisst Bescheid, wir liken, Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren und wenn ihr sogar wollt, könnt ihr sogar eine Mitgliedschaft abschließen, hab ich auch gemacht. Kuss, 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 kuss. Links, rechts, schwenkt nur und dann bist du da schnell weg. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Okay, okay, die wollen irgendwas bei mir. Kannst du da nicht sagen. Okay, ich wollte nur ein bisschen was. Hey, 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 die zicken mir mein Auto, die zicken mir mein Auto. Die haben mein Auto gezickt. Andere Seite bin ich auch da, Digga. Hey, jetzt ist es bei mir kaputt gegangen, na? Hey, hey, stecken. Dock, 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 stecken. Dirk? Oh mein Gott. Ah, der ist gut. Wieso rollt der alleine hier runter, Digga? Oh, ich scheiße. Ich bin, Digger. Guck, ihr das an. Ich scheiße. Everybody's female. I'm part in such a pride. Let you say everybody's female. Everybody's female. Der ist zu blöd, wirklich. Der ist zu blöd. Ich bin auf dem rumlaufen, du siehst es einfach noch nicht von auf. Nee, du bist zu blöd. Ja, wo musst du denn hin? Norden oder Süden? Sagt doch welchen Ausgang ich nehmen soll. Ey. Äh. Warum machst du eine Oberteil von Corporate? Wie bitte? Im Krankenhaus. Wenn sie das gar nicht haben, wegen der Telefonnummer? Nein, eigentlich wollte ich gar nicht die Telefonnummer. Eigentlich wollte ich, dass sie jetzt ihr Höschen ausziehen und wollte ihnen einen Abstrich entnehmen. So einen auf pervers. Oh Gott! Sie sind ja komplett krank, warum machen sie sowas? Ja, aber jetzt habe ich mich ja umentschieden, weil sie so nett sind. Ich bin noch hier. Von Mitgliederschaft und bin noch einer braunen Karre von uns. Oh. Ey, ich brauche Hilfe, der bei mir ein Palitopidis, ne? Ich hab' gecatcht. 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 Verkauf, verkauf nicht deine Leute, du Bastard! Halt deine Fresse, du Bastard, digga! Hey, du Bastard! Halt deine Fresse, da liegt so im Beast Mode! Kleiner Bastard, du Bastard! Halt die Fresse, digga! Ja. Und diesmal kriegt er war dabei. Wo bin ich bei dir? Ich werde noch so viele Eier am Arsch. Steht's immer noch vor. Also vom, äh... Sei mal kurz, jedes PD. Bleib einmal sitzen. Ich gebe. Ja, also es kommt darauf an, wie viele TVs wir noch haben. Und wenn wir natürlich weniger TV... Nee, nicht links, rechts. Rechts, rechts, ja. Super, super, super. Auf'n Bürgersteig. Einmal bitte auf'n Bürgersteig fahren. Och, warte mal. Warte mal kurz was probieren, ob das... Wir dürfen alles vorwählen, aber es dürfen, dass, nachdem wir... Jonge! Mein Festbruch, digga! Mein Festbruch! Dick hat hier rechts. Der hat mich einfach hausgenommen, was soll ich machen? Der hat dir deine Ehre genommen, digga! Lass' doch weg, du das machen! Lass' doch weg, du das machen! Ja, ich bin am Hecken! Ach, heckt! Leute, gehackt den kleinen Ficker! Oh mein Gott! Furchsbar! Jetzt sitzt's auch noch alle in der Luft. Äh... Oh mein Gott! Ich bin bei euch! Also, ich fühl mich irgendwie komisch. Wieso? Das ist ein bisschen luftig hier. Es ist etwas windig, das stimmt. Ihr habt alle Koks eingeatmet. Bitte nicht aus den Fenster lehnen, danke! Schade. Aber ich glaube, einen haben wir noch auf der Liste. Ach so, okay. Ich bin gerade bisher nur East Highway hochgefahren, habe aber noch nicht nach MRZ gepackt. War gerade auch noch... Ach, das ist doch ein Scherz! Oh nö! Ach, das ist doch jetzt ein Scherz! ...gern zu 4D, bis dahin ist die Dokumentation noch sicher bei uns drin und dann äh... Machen wir das gerne, aber jetzt... Wer war denn in meinem Haus? Ich bin in einen schönen Tag. Rede doch gerade! Hallo! Was wird das hier? Komm mal wieder raus! Wir reden doch gerade hier! Wir reden doch gerade! Äh, näher sitzt im Heli. Moin! Moin, wie geht's dir so? So, sie steigen ja... Sie landen einmal und steigen sie sofort aus. Warum sollte ich das tun? Weil sie sofort einmal aussteigen. Ja, 18. Na gut. Oh, ich habe mich selber eingepackt. Wo denn? Ja, ich... Ja, im Kopfschmerzen. Du schaffst doch nicht. Digger. Guck, komm, 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 komm. Reden, drehen, drehen. Komm, wir sind durch, komm, wir sind durch. Komm, 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 die hinten haben wir. Komm, du steigt, du steigt, du steigt, du steigt. Alles gut, alles gut. Puh. aber gar nichts machen gerade wir haben die möglichkeit sich zu ergeben ansonsten werden wir sie erschießen keine chance keine chance keine chance keine chance was machst du hier was heißt hier bleiben sie mich jetzt doch nicht bleiben sie mich doch jetzt nicht hier was bittest du hier mein heli bis ich lass mich doch mal landen ich bin bei den vereinigten staaten von amerika und habe tatsächlich exekutivrechte in der luft aber nicht mit mir darum hier wird nicht diskutiert ja nicht jetzt nur aber mit der einst wird das hier nicht mehr rein ich bitte nicht obendrauf obendrauf alter nein ich bin tot jetzt bin ich selbst tot ja ich glaube die pd da sind umgeschossen worden bei den beiden wird die poste machen wir das bestand medics da die knall ist auch noch aktiv Wir sind soweit noch zu Personen. 11,99 beim Deeposs. HQ, 11,99 Deeposs, HQ, Weinwood, PD. 11,99. Wir brauchen da Hilfe. Ey. Ja, das sind so Personen. Ey, lass da hochbruschen, lass da hochbruschen. Ja, ich hab eine Heavy dabei, Jungs. Ich kann auf Range nichts machen. Ja, ich geh hinten um, ich geh hinten um. Oh, das ist es nicht, mal ein Team. Kommen die jetzt vor? Ja, ja, die gehen gleich vor. Manni, geh zurück, geh zurück. Ja, ja, warte. Lass dich warten, lass dich warten. Oh Gott. Ey, wir müssen hier weg. Ich sie an, ich sie an. Digga, was? Das ist soweit FIB. Das ist FIB, das war vier Spotfahrzeuge, man. Der Spot hat keine gelbe Aufschrift, aber brauchst du, oder? Nee, 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 das ist ein Spot. Ganz kurz, der kann ich halt. Ja, kommt jetzt auf einmal in die vierte Spotcar ran, oder was? Jetzt ist sie da. Aber die bewegen sich. Ja, die bewegen sich, ja, dann knallst du jetzt. So, die Behandlung ist für mich gescheitert, reicht mir. Wie gut gesagt hat, hier bewegt sich keiner. Halt sie drauf. Komm, 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 komm. Ach, ja. Steckt dein... Na? Du bist schon Pf各 essa. Halt sie drauf. Geht ihr zu stark alt sein? Nein, nein, nein. Gib die Wand, gib die Wand schick. Du bist schwer, Bruno Digga Wart pack nicht da. Nein, nein, nein. Chill' am�드 Cipcol. Ja, ja, Digga, fühle mich gut. Ihr seid voller Hate, tee Obs estiver dem�니다. Digga, mir egal woran ihr da denkt. Fahen Porsche Cayenne. Probe glitt auf meiner Ranch. Drum hasst meine Paz. Drum hasst mein Shirt. Drum hasst mein Purs. Digga, this is my world. This is my life, ja. Ja, ja, Digga, fühle mich gut Ihr seid voller Hate, Digga, mir egal, woran ihr da denkt Fahr ein Porsche Cayenne, Kubekritt auf meiner Ranch Tromhauts, meine Pants, Tromhauts, mein Shirt, Tromhauts, mein Perks Digga, this is my world, this is my life, ja Zu viel los in meinem Leben, ja, stay high, ja 200k für ne Show und ihr seht mich live, ja